Ich habe heute schon gesagt, also gut, dass wir verlängert haben, man hat es ja dann am Ende wieder gesehen. Also da kann schon noch ein bisschen was. Ich bin wieder richtig happy, dass ich dabei sein darf, dass ich von der langen Verletzung zurückkomme und die Mannschaft mich auch braucht. Ich merke, dass sie sich freuen, dass ich da bin und dementsprechend hat es keine lange Überlegung gebraucht für mich. Das heißt, dass es noch weitergeht mit 2025 und wir haben ja auch ein schönes Spiel in München noch mal, wo wir in der Vergangenheit mal schlechte Erfahrungen gemacht haben und in dieses Finale wollen wir natürlich alle hin. Manu steht einfach für sich, er fasst seine ganze Karriere über in seiner eigenen Liga. Heute, was er da wieder gemacht hat in der Schlussphase mit den Paraden und wie gesagt, ist meiner Meinung nach komplett in seiner eigenen Liga und ich glaube, bei ihm liegt es nur daran, ob er jetzt weiterhin fit bleibt und dann ist Manu für mich der beste Torwart der Welt.